Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2021 stelle ich Ihnen das dynamische Messen im SolidCAM Simulator vor. Mit dem dynamischen Messen können während der Simulation mehrere Elemente wie Punkte, Linien und Flächen auf deren gefertigten Maße überprüft werden. Wenn Sie den SolidCAM Simulator gestartet haben und wie in diesem Falle schon einige Programme abgearbeitet wurden, können Sie mit der Maus, wie hier, über das Bauteil wandern und Sie sehen, Punkte und Linien werden gehighlighted. Wenn ich diesen Punkt jetzt anklicke, öffnet sich im unteren Bereich ein Fenster, in dem die exakte Koordinate zum Werkstück Nullpunkt auftaucht. Ich kann das Ganze auch kopieren und zum Beispiel in ein Dokument so sehr einfach einfügen. Auch die Längen von Körperkanten können sehr einfach gemessen werden. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Maus diese Linie nun anklicke, wird mir die exakte Linienlänge hier unten angezeigt. Das gleiche kann ich mit dieser Linie machen und mir wird auch diese Länge angezeigt. Den Abstand zwischen zwei Linien kann ich sehr einfach messen, indem ich die Steuerungstaste an meiner Tastatur gedrückt halte und die beiden Linien anklicke, deren Abstand ich messen möchte. Und dann wird mir im unteren rechten Bereich auch hier der Abstand angezeigt. Auch Abstände zwischen Punkten können so sehr einfach dynamisch gemessen werden. Wenn ich zum Beispiel diesen Punkt anklicke, Steuerungstaste gedrückt halte und diesen Punkt anklicke, wird mir auch im unteren rechten Bereich der 3D-Abstand und der 2D-Abstand in X, Y und Z angezeigt. Auch der Abstand zwischen Flächen kann so mit gedrückter Steuerungstaste sehr schnell und einfach gemessen werden. Ich kann auch unterschiedliche Arten von Geometrien so messen. Wenn ich zum Beispiel diesen Punkt anklicke und diese Flächen, wird mir dort ebenfalls der Abstand im unteren rechten Bereich angezeigt. Auch gefertigte Bögen und Radien können sehr einfach dynamisch gemessen werden. Ich zoome etwas weiter an diese Stelle heran und klicke mit gedrückter Steuerungstaste drei Flächen dieses Radius, dieses Bogens an und das Ganze wird mir im unteren rechten Bereich angezeigt. Mit einer Modifikation in der Simulation kann ich mir die Flächen etwas genauer anzeigen lassen, indem Sie zum Beispiel den Konfigurationseditor starten und in der Simulation Standard unter Volumenkörper Anzeige Anstellungen in das Rohmaterial reingehen und die geglättete Schattierung hier deaktivieren. Wenn Sie das Ganze mit OK bestätigen, sehen Sie, dass die Flächen wesentlich besser angezeigt werden und das Anklicken dieser Flächen auch ein wenig einfacher gestaltet. Auch Abstände zwischen Bögen und Linien unter unterschiedlichen Bögen können so gemessen werden. Wenn ich zum Beispiel in diesen Bogen reinklicke, diese drei Flächen und diese Körperkante hier oben auch anwähle, wird mir die Länge angezeigt und der minimale und maximale Abstand zwischen der Linie und den Bögen. Im unteren rechten Bereich klicke ich einmal diese drei Flächen dieses Radius, dieses Bogens an und dann noch diese drei Flächen dieses Radius. Auch hier wird mir der exakte Mittelpunktabstand und der minimale und maximale Abstand zwischen diesen Bögen angezeigt. Den Winkel zwischen zwei Flächen kann ich ebenso sehr einfach messen, indem ich zum Beispiel diese Fläche anklicke mit der Steuerung gedrückt halten und diese Fläche wird mir auch hier unten der Winkel angezeigt. Dynamisches Highlighten und Messen können Sie auf zwei Arten deaktivieren. Wenn Sie uns für eine Simulation deaktivieren wollen, können Sie uns hier mit der rechten Maustaste im Fenster öffnen und hier deaktivieren. Wenn Sie es für immer deaktivieren wollen, können Sie das Ganze über den Konfigurationseditor machen, indem Sie die entsprechende Konfiguration öffnen und hier das dynamische hervorheben und das dynamische Messen deaktivieren. Für weitere Informationen und SolidCAM Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.